Sasuke? Sasuke? Hast du Danzos-Lokation festgestellt? Hä? Ich frage dich, ob du Danzos-Lokation hast. Ja, ich habe es gefunden, aber... Geh mich da hin. Was ist mit Jugo und Sugetsu? Seine Chakras sind noch... Vergiss sie, Danzos. Sasuke? Keine Zeit, schnell ab und zieh mich da hin. Er ist da hin. Hey, du kannst es nicht alles tun. Ich nehme Danzos selbst. Es ist Sasuke! Kacke ihn! Durch die Tür! So kann man das auch machen. Hier sind die Wegstärken. Beide Straßen führen zu Danzo, aber... Warte, Sasuke! Das ist so kalt. Ist das wirklich Sasukes Chakra? Das ist so kalt. Das ist so kalt. Das ist so kalt. Kalt. Das ist so kalt. Ich werde das alles verletzen. Ich werde das nicht 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 verletzen. Ja, ich hätte gerne mal gespeichert, aber naja, irgendwie ist das jetzt nicht ganz so möglich. Ach, wie krass, die heilt mich, oder was? Ach so, sieht das Ganze aus. Aha. Ah, jetzt weckt mich doch fett, ihr Mösenkinder. Machen wir das jetzt mal fixen, das reicht ja wohl auch irgendwie. Ähm, ich kann mich doch irgendwann mal schlafen gehen. Und das kann ich eigentlich, wenn ich ständig irgendwie diese Maden hier anschauen muss und besiegen muss. Reicht jetzt auch, ich habe wieder einen Schleuderangriff parat und dann... ...ich kann einfach durch mich durch angreifen. Ich kann mir nur gucken, martin, ich werde einen Schleuderangriff überlassen... Zack, 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 zack... alle der kann einfach durch mich durch angreifen das war blöd das war ein kill schöner ein bisschen live regenerieren und weiter hier okay was geht jetzt ab er ist hier you're good jetzt gegen die wir waren das nochmal ach das ist der misukage genau jetzt aber aber der ist genauso zumindest bis jetzt sieht es noch nicht wirklich besonders nach einer besonderen schwierigkeit hier aus nur dass ich der einzige unterschied damals ist dass ich jetzt komplett alleine bin und der heißt ein live abziehen krass und zack beenden wir den Kampf mit dem misukage mit dem misukage ist schlauer das war's die ich ziemlich langweilig muss man auch gestehen einfach mal bam 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 einfach weg wegen muss man schon sagen mal gucken das war's das war das war das war das war das war Sasuke... Du warst ziemlich beeindruckend, Junge. Aber es endet hier. Ich habe keine Gründe gegen dich, aber viele Ninjas suchen deine Todes. Auf Wiedersehen. Sasuke! Sasuke... ...sachra... 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 Das ist... ...sachra... ...weil ich seinen Körper aus dem Leck. Und du bist der nächste! Nein, ich denke, dass wir das passen. Ich habe immer eine Hand für dieses Ding. Ich denke, dass ich sagen würde, dass es ein Freude zu treffen ist. Wer bist du? Die Entdeckungen... Wir müssen ein bisschen länger warten, glaube ich. Ich würde lieber alle hier haben. Was bedeutet das? Sasuke Uchiha! Ich verstehe. Wo ist Sasuke? Er ist Sasuke. Was? Er war mir zu töten! Er sollte sein, aber er hat mich in meinen Weg gebracht. Wer bist du? Und jetzt sind alle hier, außer Anzo. Ach so, keine Ahnung. Ich frage dir eine Frage. Wer bist du? Antwort auf mich! Das stimmt. Aber du hast bereits gewusst, wer ich bin, hast du? Das stimmt. So, du bist er? Ich bin stolz, dass du eigentlich noch live bist. Das stimmt. Mein Name ist Madara Uchiha. Ich habe mit dir gesprochen. Ich habe mit dir gesprochen, ein bestimmtes Thema gesprochen. Mit gesprochen? Das stimmt. Nichts von Akatsuki aus dem Akatsuki kann gut sein. Das überhaupt nicht machen. Es wird gar nicht Sinn. Ich liebe dich, Tsuchikage. Es ist ein Freude, um mit so einem rechtlichen Mann zu dealieren. Sasuke! Geh. Heal Sasuke. So, das ist seine Technik-Transportation. Jetzt, dann. Allow mir zu sprechen. About mein Plan, und andere Dinge. Plan? Ja, mein Plan. All shall become one with me under Project Tsukinomi. Become one? What do you mean? The Sage of the Six Paths. I assume you know that name. The Sage of the Six Paths? You mean the legendary ninja said to be the father of all ninja? That's right. Once the Sage of the Six Paths was revered by the people of the world as a god. Why was that? Because he was their savior. He saved this world from a certain monster. Gara, you once held nearly one piece of that monster sealed within you. He was the aggregate of all the tailed beasts, an existence that possessed almost infinite chakra. Its name was the Ten Tails. Ten Tails? I thought the tailed beasts only went up to nine tails. No. They are the result of the Ten Tails chakra being split into nine parts by the Sage of the Six Paths. I don't like where this is heading. So, this is why you were collecting tailed beasts. The Sage of the Six Paths developed a certain ninjutsu in order to protect the world from the Ten Tails. I'm sure you're all familiar with it. The Sealing Jutsu system of Jinchuriki. That was it. With the Sealing Jutsu, the Sage of the Six Paths shot the Ten Tails inside himself. Inside himself? You mean... Exactly. The Sage of the Six Paths was the Ten Tails Jinchuriki. The Sage of the Six Paths? A Jinchuriki? I understand you're gathering tailed beasts to acquire the power of this Ten Tails. But, what are you planning to do with that power? Revive the Ten Tails and become the Ten Tails Jinchuriki. I would then use that power to multiply my ocular powers and launch a certain jutsu. A certain jutsu? What jutsu? What are you plotting? A super genjutsu where I project my eye off of the moon's surface. An infinite Tsukuyomi. All humans living on this earth under my genjutsu. By controlling them all, I shall unify the world. I will create a world with no bad blood, no wars. Everything will be united. That is Project Tsukuyomi. That's insane! I'm not handing the world over to you! Peace that exists only as illusion is just that. Illusion. Peace is only meaningful when it is truly achieved. There is no hope in the world as it is now. Don't you five Kage know that best of all? To hope is equivalent to giving up. And is the biggest deception of all. I have already gathered most of the tailed beasts. Things are already moving according to my wishes. Just two remain. Hand over the eight tails and nine tails. Cooperate. For it's war. The eight tails? Did you say the eight tails? What do you mean? You took B? The eight tails' capture failed and he escaped. Now he is a ninja who is perfect Jinchuriki material. And he lives up to being your little brother. That fool! So he used this opportunity to get out of the village and play hooky! So what will you do? I'm waiting for your answer. I'll not hand over Naruto Uzumaki. Of course I won't hand over my little brother! I may not have strength, but I do have the powers of tailed beasts. You have no chance of winning. We will not abandon hope. Very well. Then I hereby declare war on you all! The fourth great ninja war! What? Are you serious? I would never say such a thing in jest. We will next meet on the battlefield. Well, what do we do now? Form a ninja alliance force. It's the only way we can counter the power of seven tailed beasts. I also feel we have no other option. What about you, Lord Raikage? Seems my little brother is safe. But we can't let ourselves be bullied by the Akatsuki any further! We form a ninja alliance force and we wipe them out! What about the Leaf village? The Hokage is still in the wind! Those dark rumors about Danzo persist. And after what's happened at this summit, he's lost our trust. Danzo standing in the Leaf will also become shaky. He must be deposed. I'll pass on the news about a ninja alliance force to a leaf ninja that I trust. Who's that? Hikashi Hatake of the Sharingan Eye. Oh, him! I'm good with that. He at least seems more trustworthy than Danzo. Lord Raikage, we must search for Killer B right away. If the Akatsuki are apt to the Eight and Ninetales, they're probably still persisting in their pursuit of B. Agreed. We will put together a search party and find B now. We will share intel with you of rock, mist, sand and leaves. Use it to begin your search at once. That leaves the Ninetales. Maruto Uzumaki. I saw Kakashi Hatake and the Ninetales Brat on our way here. They may still be in the Land of Iron. I would look around here first. Understood. In order to stop Madara's project Tsukinomi, we must keep the Eight and Ninetales out of his clutches. We need to find them immediately and get them out of sight and fast. No. I can't even imagine the power Madara has already amassed from capturing seven of them. The Ninja Alliance forces must also plan to use the strength of the Eight and Ninetales in battle. Agreed? No, absolutely not. This is also a war to protect the two of them. I believe the reason why Madara is waging war with his seven-tailed beasts is that it's difficult for him to capture the Eight and Ninetales with just the remaining Akatsuki members. He may also be hoping to lure the two out of this war. I also concur with the Kazakage. We can't afford to parade the Eight and Ninetales in front of the enemy. Very well. So the Eight and Ninetales will be considered under protective custody. Well, Tsuchikage? Lord Tsuchikage, is something still bothering you? Madara's attitude. He seemed to have a great deal of confidence. In fact, we do not even know the enemy's strength. How will we fight such a foe without the Jinchuriki? If we hold the Jinchuriki back and our Ninja Alliance forces are wiped out protecting them, it'll all be for naught. I think it's better to let the two participate and wage a two-front war alongside the Ninja Alliance forces. I wonder about that. The world's first Ninja Alliance force is being formed right now. Its strength is also still unknown. And there must be risk in Madara using the seven-tailed beasts power, or he would not have come to negotiate. It seems we both have unfavorable circumstances, but hear me. We samurai will also participate in this war. Is this more satisfactory, Lord Tsuchikage? Heh. Then we still have to decide who will lead the Ninja Alliance forces. On that particular subject, I personally believe Lord Rikage should have the honor. Huh? It appears that the eight-tails truly is alive. Thus, I feel Lord Rikage will remain calm. Besides, he's been rallying you all together quite well, and he was quick to come up with the proper countermeasures. And Lord Rikage is the only one who can control the key-tailed beast, the eight-tails. Mizukage, Kazakage, are you both alright with that? This is not the time or place to squabble. I will trust Lord Rikage. I too will trust the Rikage. So great, Vincent. You're the only one who's fought Madara before. Any intel you possess is critical. You better cooperate. You still like talking down to people and ordering them around, eh? But it beats losing this war. If the Ninja world were to disappear, who would I quarrel with? Alright, I'll help. The Ninja Alliance force is hereby inaugurated. We all have a lot of work ahead of us. Ach, krass. Haben wir jetzt also das komplette erste Kapitel durchgespielt in dieser Aufnahme? Geil. Äh, natürlich möchte ich speichern. Und... Ja... Jetzt ist so die Frage, kommt jetzt noch was? Hm... Puh... Oder... mhm... Kann ich jetzt schon aufhören aufzunehmen? Mh... Mh... Das wäre so die Frage, die sich jetzt stellt. Oder zumindest mir stellt. Ähm... Jetzt kommt noch was. Gut, als nächstes sollten wir wahrscheinlich... ... Lass mir einen Moment Zeit zum Überlegen. Mal schauen. Jetzt will er überlegen. Ah, da hinten ist ein Speicherpunkt. Und... Den werden wir mal... Ja, ähm... Gleich bewegen. Und dann... ...beenden wir diesen Part. Hehe, ne, ich will mir auch schlafen. Mittlerweile drei Uhr. Speichern. Alles klar. So, Leute. Ja, jetzt kommt das erste Mal, dass ich mein... Äh... Ja, 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 ja. So. Ich hoffe euch gefällt's bisher. Mir gefällt's in jedem Fall. Ähm... Schaut wieder rein. Abonnieren. Liken. Teilen. Ihr wisst Bescheid. Ich glaub, das werden jetzt so... Hey, ich versuch's auf 20 Minuten Parts hinzukriegen, so... Ja, so vier oder fünf Parts werden das schon werden. Ja, vier eher als fünf. Und... Ja. Ich würd sagen... Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Bis dahin. Haut rein. Haltet die Ohren steif. Ciao, euer Brandy.